Jetzt komm, mach doch mal schnell das scheiß Update und dann freu ich, Alter. Hab ich alles so schon eingerichtet und jetzt kann ich mich nicht aufnehmen. Ja, ihr könnt nicht mal. Öffne dich halt, du scheiß GeForce, Mensch! Ich glaub, die, meine E-Signation am neuen PC ist eh gleich fertig, dann kann ich ja dauernd zocken, ne? Terminal ist tot. Und meine Aufnahme ist auch cool. Kannst du aber vergessen, ich habe keine Aufnahme. Komm, das könnte ich wieder austrasten. Ich habe ja die Aufnahme gestartet, ne? Aber die Aufnahme hat sich einfach abweg geöffnet. Oh, Sperg. Wie soll ich da rausgehen? Ei, ei, ei. Ey, komm. Irgendes abhol. Ja, ich bin PRÖ-Polli, ne? Good job. Thank you. Daniel, du Spaß. Das. Hammerhaft. Ich ru, ja, mir kurz nicht. Ich rube aufnehmen kannst. Hier kommen viele Gespräche. Wir gehen wahrscheinlich auf mein Lieblings aufge Serv criteria.